Oh Jesse, kannst du doch nicht bringen. Dankeschön. Okay. Oh, er erinnert sich wieder. Nice. Stuff and nonsense. No, no, I'm positive. I'm afraid of flying too, Soren. Really? No, not really. Just wanted to see if you bite. Okay. Nett von dir, Jesse. Total überflüssig, weil wir wären ja sonst auch so irgendwie ganz easy darüber gekommen, ne? Ja, finde ich auch. Eindeutig. Bin ich immer gespannt, was der jetzt da heilt. Ein leuchtendes Lapisor. Irgendwie sieht das hier genauso aus wie der Keller, in dem er diesen Witherstone gebaut hat. We should be careful. This place could be booby trapped. Let's just start looking for the enchanting book. Booby. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder den Keller so durchsuchen, so wie wir das beim anderen gemacht haben. Okay. Hallo, Lukas. Schön, dass du da bist. Reden wir mal. Hmm. Well, I like my friends I guess that's why they're friends in the first place right either that or you like that they say nice things about you I've wore on the other hand. I think his only friends were books. I Guess being an angry loner leaves you a lot of time to read Tell me about it how to train your slime the various uses of mushroom stew Potionology volume 24 or any of them the enchanted book. I don't think so Also wie gesagt da gibt es irgendwie in minecraft wiki oder vielleicht war es auch planet minecraft ich weiß es nicht auf jeden fall wurde irgendwo so Sohn Halt so ein befehl gepostet den konntest du in comment blog reinschmeißen und dann hat er dir halt so ein buch gegeben und da hat es da so sachen drinnen wie die zeit ändern und das wetter ändern oder game mode ändern oder irgendwelche game rules ändern und das konnte halt alles über das buch machen ich weiß jetzt gerade nicht genau wie das hieß aber Irgendeinen namen wird das schon gehabt haben ne und so Okay No Ich denke mal wir müssen erst alle fragen und dann bis zum ende laufen bis vor wir irgendwas finden So Not really Ivor has too many books and there's too few of us looking How did we end up all split up like this? I feel like we spreading ourselves too thin I miss how things used to be that first night we all spent together that was kind of fun Almost Look we might be spread thin but we're all still a team that's how teams work Hey you almost said teamwork See we're still funny we can still get things done Wow War auch voll der witzig Füße hoch der kommt flach Haha Okay So weiter geht's Dann gucken wir mal können wir da noch Bücher lesen Ja guck mal da sind doch Bücher Ansehen Alter bin ich überbelichtet Also ist Jessie überbelichtet Okay Oh da ist Sorum Hallo Sorum Das stimmt Ivor ist ziemlich dumm Ähm He was just doing what I asked It wasn't his fault we got separated Not really Is that supposed to make me feel better? There's neither rhyme nor reason to how these books are stored Finding anything here is impossible Tedious maybe Impossible No way I know continue this is a not a search But Immerhin Das was wir gerade gesagt haben stimmt Wir haben ihm ja nur gesagt er soll aufpassen So ne Wir holen uns jetzt die Kuchen Deswegen ist es ja so an sich unsere Schuld Dass Alvor weg ist Außer er ist einfach nur ein Faules Stück Scheiße oder ein Angsthase oder sowas Und ist einfach so aus eigener Lust abgehauen 20.000 Blöcke unter dem Meer Ich bin auf eine kleine Gebäude Als ich überwürst Vor dem mega Gebäude Ich bin im Moment Ich denke, ich bin in der falsche Stelle Ich bin in der falsekte Gebäude Ich bin ruhig Hallo Gabriel Ich habe das schon versucht. Ich denke, es war nicht erfolgreich. Ich weiß, es ist nicht stark genug, um zu schützen. Oh, ich verstehe. Es ist wie das? Es ist wie das? Es ist wie das? Es ist wie das? Es wird mir helfen. Jesse. Ich werde gut sein? Oder ist es nur... ich bin jetzt? Nun. Es ist immer noch schwierig, um zu erinnern, was ich war. Keine Angst, wir werden einen Weg finden, um dich zu schützen. Du, Petra und alle anderen, die den Sturm geflogen haben. Aber um das zu tun... Du musst den Kommandblock zu schützen, oder? Das ist genau das, was wir tun. Du hast nie zu kämpfen. Ich liebe das. Ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß nicht, Jesse. Wie wäre es, wenn du die Truhe einfach mal aufmachst? Oder komm, wir gucken sie nochmal an. Ich weiß nicht, was da ist. 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 Okay, es reicht. Öffnen. Das waren zwar Sticks und keine... Ach ne, lol. Hat der nicht gerade Sticks in der Hand? Egal. Wir könnten etwas craften. Was kann man denn aus Holzstücken craften? Ach ja. Dürfen wir den nicht benutzen? Ach ne. Also ich... ähm... Ich weiß nicht. Also... Ich finde ja... Crafting Tables sind sehr, sehr wertvoll. Und... Sehr schwierig zu finden. Von daher habe ich jetzt nicht gedacht, dass Ivor einen hat. Also, ne? Mal reinrufen. Oh ja. Das letzte. Wir können einen Knopf bauen. Hm... Ah, da ist Ruben. Gehen wir erstmal mit Ruben. Oh, ja. Ja. Na, na. 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 Wir wollen ja nicht, dass der gegrillt wird. Also, dann haben wir hier jetzt alles abgesucht. Dann craften wir uns jetzt... Wir könnten, wir könnten diesen Holz knopfen. Wir könnten den Holz knopfen. Wir könnten den... Wundervoll. Okay, ähm, verwenden. Was sagt der uns denn? Nein, brauchen wir nicht. Können wir nicht einfach... Warte mal. So funktioniert das nicht. Mano! Ich wollte eigentlich... So eine Kacke. Ich wollte einen Knopf brauchen. Schön, dass du jedem davon erzählst. Ähm, also... Finde ich sehr schön von ihr, so. Wundervoll. Ein Schalter. Und den platzieren wir jetzt einfach da in die Ecke. Und dann rufen wir wieder Olivia und sagen, hier drück mal bitte den Schalter. Hebel platzieren. Vor allem der Hebel ist aus und, äh... Einfach die Leitung ist schon gepowert, so. Auch ein geiles Detail. So. Oh, das ist nice. Cool. Okay, das muss ich mir merken. Das ist echt geil. Geil. Eventuell... Eventuell... Das war dumm. Nicht so geil. Nicht so geil. Wir sind gut. Aber die Leitung funktioniert nicht mehr. Vielleicht sollte er von der... Von dem Stahlportrack runtergehen. Haha. Wurde nochmal drüber laufen? Oh man. Der wurde überhaupt nicht ausgelöst, obwohl der nochmal drüber gelaufen ist. Wow. Was ist alles? Ha. Unglaublich. Er hat sie alle in einem Ort gesammelt. Gesammelt... Was genau? Genau genau. Die Schmerzen des Ordens der Stein. Geiler Scheiß. Ah. Die Geschichten, die ich über diese schmerzen alten Dinge erzähle. Ich habe Angst wegen dem Ei. Weil das steht auf einer Druckplatte. Ich habe echt Angst. Kann ich das... Moment. Kann man das Ei anpacken? Oh Gott, man kann das Ei nehmen. Dann, dann는지 ich feststellen. Tut's wohl hier ein PC Background. dann gefallen damit. Es kann dieses Spiel. An Cheese funktioniert mit einem auch nicht ebeno mit dem Illustratzen.